Hallo Leute, entschuldigen, dass wir so eine schlechte Grafik haben, aber heute zeigen wir euch ein paar geile Sachen in Clash of Clans. Wie zum Beispiel den Babydrachen und den Miner. Und dann wollt, wenn ihr in unseren Clans wollt, wir spenden euch wirklich Babydrache und so. Und es ist ein Clans Level 6 und bewirbt euch einfach und gebt uns ein Like. Und wir machen sogar extra noch ein Update für Dragon Baby. Und kommt in unser Clans und bewirbt euch bei diesem Namen hier. Warten Sie kurz, wartet mal Leute. Ja genau, bei n.m.c. Kommt einfach und ihr bekommt Babydrachen. Guckt mal Leute, wie ihr jetzt Babydrache oder Miner spenden wird. Ihr spendet jetzt Babydrachen. Wir sind wirklich gute Spender und wir spenden Babydrachen und was ihr halt wollt. Also bewirbt euch wirklich und abonniert uns und ein Like. Daumen hoch.